Das ist Renate. Renate erfährt soeben, dass sie ein Haus im Waldviertel geerbt hat. Ein Wochenendhaus mit schönem Garten. Ein Treffpunkt für die ganze Familie. Ein ideales Objekt zum Vermieten. Perfekt zum Verkaufen. Perfekt? Fast. Wäre da bloß nicht die Sammelleidenschaft des ehemaligen Besitzers. Gartengeräte, Elektroschrott, ein altes Auto, Kabel, Möbel, Eisenwaren und Sperrmüll verunstalten das Grundstück. Eines steht fest. Um das Haus zu verkaufen oder zu bewohnen, muss der Dreck weg. Aber wie? Der eigene Pkw ist jedenfalls viel zu klein. Kein Problem für den Entsorgungsbetrieb Josef Holzinger. Renate ruft sofort bei der Entsorgungsfirma an und schildert ihr Problem. Kurze Zeit nach dem Telefonat ist ein Mitarbeiter vor Ort, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das Preisangebot stimmt. Und der Termin für die Entrümpelung ist schon in zwei Tagen. Rasch und verlässlich verstauen die Mitarbeiter den Schrott im Firmenwagen. Die Firma Holzinger übernimmt auch gleich die Demontage der alten Küche, sowie die fachgerechte Entsorgung der Geräte. Und Renate? Die kann sich jetzt richtig über das Haus freuen. Brauchen auch Sie einen Experten für Entrümpelung, Demontage oder Entsorgung? Der Entsorgungsbetrieb Josef Holzinger ist Ihr Ansprechpartner für Klein- und Großmengen in Niederösterreich. Und so einfach geht's. Sie rufen uns an, wir vereinbaren einen fairen Preis und einen zeitnahen Termin, an dem wir Ihr Gerümpel abholen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 0664 163 0562 oder besuchen Sie uns auf www.waldviertel-entsorger.at Bis zum nächsten Mal.